Unglaublich. Die Diskussion über die Einbindung der Reaktorsicherheitskommission im Bundestag hat in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen, wobei insbesondere die Rolle von Robert Habeck, dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie, in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Enthüllung, dass die RSK nicht in die Entscheidungen zur Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke einbezogen wurde, hat eine breite Debatte über Transparenz und Einflussnahme in politischen Entscheidungsprozessen ausgelöst. Habecks Auftreten im Bundestag während der Debatte fiel durch seine energische Rhetorik und seine scharfen Angriffe auf Kritiker auf. Er versuchte, die Verantwortung auf andere Akteure abzuwälzen und die Bedenken hinsichtlich der Einbindung der RSK herunterzuspielen. Seine Argumentation, dass die Abhängigkeit von russischem Gas die Hauptursache für die Energiekrise sei und dass Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Kernenergie unbegründet seien, stieß auf heftigen Widerspruch von RSK-Mitgliedern und anderen Experten. Besonders kontrovers war Habecks Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem er die Diskussion um die Einbindung der RSK als übertrieben und unwichtig darstellte. Kritiker werfen ihm vor, die eigentliche Problematik zu verschleiern und diejenigen zu diskreditieren, die berechtigte Bedenken äußern. Die Enthüllungen über das fehlende Einbeziehen der RSK haben die Glaubwürdigkeit der Entscheidungsprozesse im Bereich der Kernenergie erschüttert und Fragen nach Transparenz und Verantwortlichkeit aufgeworfen. Habecks Rolle in dieser Angelegenheit hat weitere Diskussionen darüber angeregt, wie politische Entscheidungen getroffen werden sollten und wie die Sicherheit und Interessen der Bevölkerung dabei gewahrt werden können. Es bleibt abzuwarten, wie Habeck und andere Regierungsmitglieder auf die Kritik reagieren werden und welche Schritte unternommen werden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Energiepolitik wiederherzustellen. Die Debatte um die Einbindung der RSK hat deutlich gemacht, dass eine transparente und inklusive Entscheidungsfindung entscheidend ist, um den Herausforderungen im Energiebereich angemessen zu begegnen.